Die Tortur, ein Non-Stop-Radrennen rund in die Schweiz, 1000 Kilometer, 12.500 Höhenmeter. Fünf Alpenbässe, die befahren werden seit diesem Jahr, Austragung der Ultracycling-Schweizer Meisterschaft. Und das grösste Non-Stop-Radrennen der Welt bezogen auf die Anzahl Teilnehmer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020